Nach dem großen Erfolg von unserer Zauberflöte-Inszenierung in letzter Spielzeit kommt die nächste Mozart-Oper in unseren neuen Mozart-Zyklus, Così fan tutte. Der lettische Regisseur Alves Hermannis mag seine deutsche Operdebüt und das wird eine unglaubliche Meditation über Liebe, Eifersüchtigkeit. Die Besetzung ist sehr klein, es gibt nur sechs Menschen auf der Bühne und in dieser unglaublichen Restaurationswerkstatt, das der lettische Regisseur Alves Hermannis hat für diese Inszenierung gemacht. Die sechs Sänger bewegen, singen, sprechen, rollen. In dieser Inszenierung wird man Musiktheater von Besten erfahren. Buy your tickets now!